Traditionell Anfang des Jahres findet in München die Sicherheitskonferenz statt. Vom 4. bis zum 6. Februar treffen sich im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt wieder hochrangige Teilnehmer aus aller Welt, um über aktuelle und künftige sicherheitspolitische Herausforderungen zu beraten. Konferenzleiter Ischinger hat auch die diesjährige Veranstaltung unter ein zusammenfassendes Motto gestellt. Internationale Sicherheitspolitik vor neuen Herausforderungen, von der Finanzkrise bis zum Cyberwar. Ein komplexes Themenfeld. Das besondere Charakteristikum der Konferenz in diesem Jahr ist, dass wir völlig neuartige Fragen in der internationalen Sicherheitspolitik neben den klassischen Fragen auf die Tagesordnung gehoben haben. Neben klassischen Themenblöcken wie zum Beispiel Afghanistan, nukleare Abrüstung oder das NATO-Russland-Verhältnis werden also auch neue Themen behandelt. Eines davon, die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise auf die Sicherheitspolitik der Länder. Und zwar nicht nur im Hinblick auf Entwicklungs- oder Verteidigungsbudgets. Sondern beispielsweise auch auf die Frage der weltpolitischen Rolle und Qualität Europas. Es gibt ja Fragezeichen an der Bestandskraft Europas, Stichwort Euro. Welche strategischen Auswirkungen hat das? Wie sieht man Europa aus China und umgekehrt? Ein zweites neues Themenfeld wird die Cyber Security auf der 47. Münchner Sicherheitskonferenz einnehmen. Hier stellen sich viele Fragen. Was wäre denn, wenn es einem gedachten Gegner gelingen würde, ohne eine einzige Bombe abzuwerfen, ohne einen einzigen Panzer in Marsch zu setzen, beispielsweise das westeuropäische Elektrizitätsnetz durch Lahmlegen der elektronischen Regelwerke für ein paar Stunden oder ein paar Tage lahmzulegen. Es geht also diese Frage weit über das Stehlen von Daten, vor denen sich Unternehmen und Staaten schützen müssen, hinaus. Es geht darum, kann durch elektronische Mittel, über das Internet, in die Funktionsfähigkeit von Infrastruktur, in die Funktionsfähigkeit von Firmen, von Staaten so eingegriffen werden, dass dieses Ergebnis genauso ist, als hätte man einen Bombenteppich gelegt. Weil die Frage nach globaler Sicherheit längst nicht mehr nur die Politik betrifft, hat Ischinger auch in diesem Jahr Vertreter der Wirtschaft eingeladen. Rund 10 Prozent der Teilnehmer kommen aus diesem Bereich. Die Staaten selbst schicken die erste Garde nach München. Die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton. Sie finden erstmals den Prime Minister des Vereinigten Königreichs, also David Cameron aus London. Sie finden den russischen Außenminister. Sie finden den nationalen Sicherheitsberater der indischen Regierung, den pakistanischen Außenminister, den Präsidenten Karzai aus Afghanistan nicht zu vergessen. Und neben fünf Mitgliedern der Bundesregierung, angeführt von Bundeskanzlerin Merkel, insbesondere auch, den darf ich nicht vergessen, den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon. Die EU wird mit einer ganzen Reihe von Sprechern vertreten sein, unsere europäischen Nachbarn und Partner selbstverständlich auch. Nicht ohne Stolz kann Konferenzleiter Ischinger also auf eine prominente Gästeliste verweisen. Überhaupt ist der Andrang in diesem Jahr so groß wie nie. Dieses Jahr bricht die Münchner Sicherheitskonferenz alle Rekorde, muss man sagen. Wir haben über 70 Delegationen aus aller Welt, die nach München reisen werden. Wir haben über 350 akkreditierte Journalisten. Wir haben insgesamt im Konferenzsaal über 350 Teilnehmer aus aller Welt in München zu Gast. Es ist dieses Jahr mal wieder so weit, München steht im Mittelpunkt der Weltpolitik. Das bedeutet hohe Erwartungen. Zum einen an die Konferenz Teilnehmer, denn obwohl am Ende der Sicherheitskonferenz kein Abschlusskommuniqué steht, soll das Treffen doch Ergebnisse bringen. Zum anderen sind aber auch die Erwartungen an den Gastgeber nicht gerade gering. Er hat eine Art unideologisch-pragmatisch-politische Probleme sozusagen zu sezieren, sie auseinanderzunehmen und einzuordnen wie ein Mosaik, in der Gesamtproblematik immer Ursachen und Wirkungen sehr deutlich zu benennen. Und diese Art von praktischer Erfahrung, die ich mit ihm gehabt habe in den letzten Jahren, das glaube ich, tut der Sicherheitskonferenz sehr gut. Der Stellenwert der Münchner Sicherheitskonferenz ist hoch. Schon lange genießt die Veranstaltung weltweites Ansehen und ist ein fester Bestandteil des internationalen Kalendariums. Auch der Tagungsort trägt dazu bei. Anders als etwa in Davos, wo sich tausende von Teilnehmern über mehrere Tage in verschiedensten Hotels und Konferenzzentren treffen, sind in München bei der Sicherheitskonferenz alle Teilnehmer in einem Raum, die ganze Zeit. Eine enorme Gelegenheit, sich auf engstem Raum auszutauschen. Man kann sich im Grunde nicht aus dem Wege gehen. Ich danke den Münchner Bürgern, die überwiegend tolerant und weltoffen sind. Und meine Teilnehmer sind immer des Lobes und des Dankes voll für die großartige Münchner Gastfreundschaft.